Echt? Ja, soll doch lieber sein. Dann können wir nämlich mit dem Ding zuwissen. Also weiter anfangen. Geht da? Geht wunderbar. Fantastisch, oder? Ja. So. Ja. Perfekt. Ich will jetzt jemanden erklären, dass der keine Nase gibt. Nasen, oder? Ja. Alles klar. Das ist ja einfach hier. Das ist ja schön. Das ist ja gut. Ach, Leider. Soll mal, kriegen die Matratzen damit doch irgendwie vor? Da drehen wir so weit, ne? Das ist eine Decke nach hinten. Hier drin, Townsend. Dann müssen wir mal bisschen rum, hin. Hier hin. Hup! 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 Jetzt sind wir noch ein bisschen hierher. Nach da? Ja, nach da? Aufs Ohr. Ja, aufs Ohr. So, jetzt bist du okay bis die Bohr nicht drehen, nee. Ich muss so liegen lassen. Lass mal hier rein. Das geht ja. Das steht dann wieder. Das ist okay. Bleibt der liegen oder wird der nicht umgestellt?